So Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von der Ideenfabrik. Heute von einer Funktion, die ich auch gar nicht ganz so schlecht finden würde. Und zwar geht es darum, die maximale Stufe von Gebäuden auf der aktuellen Raterstufe zu sehen. Ich habe früher auch mal nachgeschaut gehabt auf dem Clash of Tens Wiki, welche Stufe denn maximal ist bei dem Gebäude, wie viel es noch weiter geht und so weiter. Und sowas würde sich dann halt damit auflösen. Und gedacht hatte ich es mir so, etwa beim Rathaus würde man halt so Doppelpünktchen haben, statt dem ganzen Text, da man normalerweise steht, mit von wegen 50%, dann kriegt man einen Stern, dann Rathaus wahrscheinlich kriegt man noch einen Stern, bei 100% noch einen Stern. Dann einfach mal die ganzen Gebäude aufzulisten und welche Stufe der Gebäude dann halt maximale ist. Aktuell war das 9, wäre es halt ein Armeelager, Level 7, Alexi-Lager 12, Alexi-Sammler-Level 12, Alexi-Lager-Level 11, Kasernen-Level 10, Kanonen sind Level 11 Maximum, Bogenschutzenturm Level 11 Maximum und so weiter und so weiter. Könnte man definitiv gut gebrauchen. Das würde zum Beispiel eine externe Seite wie das Clash of Tens Wiki wirklich überflüssig machen. Und es wäre auf einen Blick halt gleich zu sehen, was könnte man dann noch upgraden, was fehlt noch. Damit man so ein bisschen so einen Faden hat, wo man jetzt noch was upgraden könnte und wie lange das noch dauert und so weiter, muss man sich natürlich selber da wahrscheinlich ausrechnen, aber man könnte halt sehen, wie weit man etwa mit dem Fortschritt schon fertig ist. Das ist natürlich, wenn man frisch auf einer Rathausstufe ist, sieht das katastrophal aus. Aber weil man dann halt kurz vor Rathausaufstieg ist und man sich denkt, hm, muss ich jetzt noch was upgraden? Ich habe jetzt keinen Bock, alles jetzt nochmal nachzuklicken, auch verbessern zu klicken, um dann zu sehen, öh, kann ich erst nächste Rathausstufe. Dann wäre das dann wirklich praktisch, muss ich sagen. Das hätte mir auch ein bisschen was gebracht. Aber ja, ist halt noch nicht drin. Das wäre zumindest meine Idee, also die unten, das ist nicht meine Idee gewesen. Die wurde von mir anders eingereicht, das ist so meine Umsetzung der Idee. Gerade beim Rathaus wäre es wirklich optimal, da irgendwo einen Button hinzupacken, weil das wirklich zum Rathaus gehört eigentlich. Auf welcher Rathausstufe da was Maximum ist, fände ich jetzt nicht schlecht. Gerne eure Meinung dazu. Wie steht ihr dazu? Wolltet ihr auch mal wissen, welches Gebäude wann Maximum ist, auf welcher Rathausstufe oder auf welcher Rathausstufe aktuell die Gebäude Maximum sind? Gerade halt bei den ganzen Teslas und bei den ganzen neuen Gebäuden und so weiter, wäre das halt schon wirklich nicht schlecht zu wissen. Gerade beim Luftfläger auch noch, der vor kurzem erst neu dazu kam. Und ja, das wäre dann so die meinde gedachte Umsetzung. Gerne eure Meinung dazu. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei der Ideenfabrik. Bye-bye, Leute. Bis zum nächsten Mal bei der Ideenfabrik.